Die Feuerwehr der Stadt Nürnberg gliedert sich in eine Berufsfeuerwehr und eine freiwillige Feuerwehr auf. Die gesamte Feuerwehr ist organisatorisch dem 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg, Christian Vogel, unterstellt und wird vom Dienststellenleiter Volker Skrog geführt. Berufsfeuerwehr Am 22. Januar 1875 wurde der Feuerwehr in Nürnberg durch den Stadtrat genehmigt, den ersten hauptamtlichen Brandmeister einzustellen. Zusätzlich wurde der Bau einer Zentralfeuerwache mit 30 Mann Besatzung und die Belassung zweier Nebenfeuerwachen mit je 9 Mann Besatzung angewiesen. Nachdem die Platzverhältnisse nicht mehr ausreichten, wurde in den Jahren 1903 zu 1905 die Hauptfeuerwache am Kornmarkt abgetragen und neu gebaut. Infolge der Luftangriffe auf Nürnberg wurde sie derart schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass sie im Januar 1945 aufgegeben wurde. Nach dem Krieg wurde die Wache notdürftig wieder hergerichtet, ein Wiederaufbau wurde nicht in Betracht gezogen. Die Funktion der Feuerwehreinsatzzentrale übernahm die Feuerwache west und etwa 500 Meter westlich der Hauptfeuerwache erfolgte bis 1960 der Neubau. Der Feuerwache Mitte am Jakobsplatz Die alte Hauptfeuerwache wurde anschließend abgerissen und das Areal vom Germanischen Nationalmuseum übernommen. Rund 400 Einsatzbeamte umfasst das gesamte Personal der Berufsfeuerwehr Nürnberg an Beamten in einem 24-Stunden-Schicht-Dienst. Drei Dienstschichten teilen sich diesen Dienst in einem regelmäßigen dreiwöchentlichen Turnus, die einen planbaren Dienst auf Zeiten im Voraus ermöglichen. 85 Funktionen sind insgesamt durch diese Einsatzbeamten täglich auf den fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und den Einsatzleitdienstfahrzeugen zu besetzen. Nachdem die Indienstnahme der integrierten Leitstelle im Jahre 2010 erfolgt ist, ist die gemeinsame Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdienst im Leitstellenbereich Nürnberg, Nürnberger Land, Fürth, Fürth Land, Erlangen und Erlangen Höchststart abgeschlossen. Neben den im Regelfall nur im 24-Stunden-Schicht-Dienst tätigen Einsatzbeamten werden im Bereich des Einsatzführungsdienstes Beamte im Mischdienst eingesetzt, die gleichzeitig in einem Sachgebietabteilung eine Funktion wahrnehmen und deren Dienst eine Mischung aus Einsatzdienst und Bürodienst darstellt. Rund 60 Beamte, Angestellte und Arbeiter, die in der Verwaltung, den Werkstätten und als Reinigungskräfte auf den Feuerwachen tätig sind, vervollständigen den Personalpool der Berufsfeuerwehr Nürnberg. Die Dienstrechtsreform in Bayern änderte die Laufbahnen im Feuerwehrtechnischen Dienst in Bayern grundlegend. Als Ausbildungsordnung tritt für die Berufsfeuerwehren Bayerns die Fachverordnung für den Feuerwehrtechnischen Dienst in Kraft. Die zweite und vier Qualifizierungsebene ersetzen den ehemaligen mittleren, gehobenen und höheren Feuerwehrtechnischen Dienst. Das Lehrgangsportfolio umfasst den Grundlehrgang und die Rettungssanitäterausbildung, die samt einer grundlegenden Maschinisten- und Lkw-Führerscheinausbildung die Ausbildung für den Einstieg in die 2QE bilden. Die Führungsfortbildungen I und 2 und weiterführende Fortbildungen Gruppenführereinsatzdienst, Leitstelle oder vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz bilden den Verlauf in der 2QE. Seit 2012 werden keine Hauptbrandmeisterlehrgänge mehr durchgeführt, Auswahlverfahren in der 2QE finden nicht mehr statt, da innerhalb der Laufbahnen keine Hemmnisse für den Beamten bestehen dürfen. Mit dem 1. Januar 2016 trat die Novellierung der Fachverweh in Kraft, im Lehrgangsportfolio für die 2QE sind neben dem Grundlehrgang und die Rettungssanitäterausbildung nun eine Führungsfortbildung und eine der bereits genannten weiterführenden Fortbildungen vorgesehen als Qualifizierung für ein Amt der Besoldung nach A9. Als Qualifizierung für ein Amt der Besoldung nach A8 entfällt die Führungsfortbildung I. Nur noch die bereits genannte Fortbildung ist hier notwendig. Die Ausbildungen BIV und BVI finden nur in Teilen am Standort Nürnberg statt. Die weiterführenden Lehrgänge werden an Landesfeuerwehrschulen im Bundesgebiet und in externen Hospitationsabschnitten bei anderen Dienststellen durchgeführt. Auch Bayern bildet den Führungsnachwuchs der 3. Qualifikationsebene aus. In einem Kooperationsprojekt der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Bayern und der staatlichen Feuerwehrschule in Geritzried werden am Standort Geritzried seit 2007 BIV Lehrgänge durchgeführt. Der größte Teil der Referenten kommt hierbei von den Berufsfeuerwehren selbst als Gastdozenten. Die Räumlichkeiten und die Logistik der Feuerwehrschule runden dieses Lehrgangsangebot unter seinem Motto aus der Praxis für die Praxis ab. Natürlich bietet auch die Berufsfeuerwehr Nürnberg Auszubildenden für den gehobenen und höheren Feuerwehrtechnischen Dienst die Möglichkeit einer Hospitation im Einsatzdienst und in den Sachgebieten Abteilungen am Standort Nürnberg an. Dies wird jährlich vielfach wahrgenommen und hilft das Feuerwehrwissen der Standorte in Deutschland untereinander ständig wieder neu zu mischen und wachzuhalten. Einsatzstatistik In über 5000 Einsätzen leistet die Feuerwehr Nürnberg den Bürgern ihrer Stadt jährlich Hilfe. Ihr Einsatzspektrum ist groß und umfasst neben dem klassischen Abwehrendenbrandschutz und der technischen Hilfeleistung auch den Gefahrstoffeinsatz, die Höhen- und Wasserrettung und den medizinischen Ersteinsatz an Einsatzstellen. Dabei konnten in der Vergangenheit direkt etwa 600 Bürger aus misslichen Lagen jährlich befreit oder gerettet werden. In gut 170 Fällen ist diese Lage ein Brand. Die Mehrzahl aller Einsätze der Feuerwehr Nürnberg sind jedoch technische Hilfeleistungen aller Art. Dies muss kein Verkehrsunfall sein, meist sind es Türöffnungen, die Beseitigung von Sturmschäden, Wasserschäden oder sonstige denkbare Unglücksfälle, die sich in einer Großstadt wie Nürnberg täglich ereignen. Die Grundkomponente des Einsatzes stellt der sogenannte Löschzug dar, der für die meisten Einsatzfälle ausgesprochen gut ausgestattet und vorbereitet ist. Die Feuerwehr Nürnberg verfügt darüber hinaus über eine Vielzahl an Sonderfahrzeugen und Gerätschaften, die diese Grundkomponente mit Spezialgerät tatkräftig unterstützen. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr Nürnberg besteht aus 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen 20 Besatzung, Zugführer, Staffelführer, Maschinist, 2 Trupps, 1 Drehleiter, 23 Zwölftelbesatzung, Fahrzeugführer, Maschinist, 1 Kleineinsatzfahrzeugbesatzung, Fahrzeugführer, Maschinist, Punkt, Einsatzleitdienst, Direktionsdienst, Einsatzbeamter der 4. teils 3. Qualifikationsebene, nimmt im Bedarfsfall die Funktion des örtlichen Einsatzleiters wahr, Inspektionsdienst, Einsatzbeamter der 3. Qualifikationsebene, Ordnanzdienst, Einsatzführungsgehilfe des Inspektionsdienstes Beamter der 2. oder 3. Qualifikationsebene. Zum Einsatz eines Löschzuges wird zusätzlich der Einsatzleitwageninspektionsdienst mit alarmiert. 1. Der Inspektionsdienst in einem parallelen Einsatz gebunden wird alternativ der ELW-Direktionsdienst alarmiert. Beim Einsatz mehrerer Löschzüge und bei besonderen Alarmierungsstichworten werden beide Einsatzführungsdienste alarmiert. Die Einsatzleitung liegt dann beim Direktionsdienst während der Inspektionsdienst als Abschnittsleitung fungiert. Das Rendezvous-System auf den Feuerwachen 1 und 4 ist U.A. jeweils ein Löschzug stationiert. Auf den Feuerwachen 2, 3 und 5 sind U.A. als Grundkomponenten ein HLF 20, eine DLK 23, 12 und ein KL AF stationiert. Dieses Rendezvous-System wird für jede weitere notwendige Ergänzung angewendet. Die Stationierung der verschiedenen Sonderfahrzeuge und Geräte ist dezentral auf den 5 Feuerwachen vorgesehen. Die Bildung von Schwerpunkten spielt bei der Fahrzeugverteilung die entscheidende Rolle. Feuerwachen, Berufsfeuerwehr, Feuerwache 1, Rettungsmedizinische Aus- und Fortbildung, Bekleidung, Schreinerei, Strahlenschutz, Schlosserei, Wäscherei Die historische und denkmalgeschützte Feuerwache 1 entspricht in vielen Anforderungsbereichen nicht mehr den heutigen Standards. Aus diesem Grund soll bis Anfang 2019 ein Feuerwachen-Neubau im Kreuzungsbereich Maximilianstarr-Reutersbrunnenstraße entstehen, nur wenige hundert Meter von der alten Feuerwache 1 entfernt. Dieser soll das historische Gebäude adäquat ersetzen. Feuerwache 2, Brandschutzerziehung, Höhenrettungsgruppe, Sondergerätelager, Schreinerei, Feuerwache 3, Gefahrstoffe, vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz, Feuerwehrmuseum Nürnberg, Feuerwache 4, Aus- und Fortbildung, Atemschutz, Kfz- und Lkw-Werkstätten, Verwaltung, Brandtübungsanlage, Atemschutzwerkstatt, Standort der integrierten Leitstelle für den Großraum Nürnberg und den zugehörigen Gebietskörperschaften. Feuerwache 5, Örtliche Einsatzleitung, Stabsräume, Schlauchwerkstatt, Feuerlöscherwerkstatt, Fachgebiet Dienstsport.